Benötigen Sie Hilfe bei Problemen mit Computer, Software, Internet oder dem Einstellen Ihres TV-Gerätes? Rufen Sie uns an. 52M Internet, Grafik, Video, Audio, Musikvertrieb und Support. Am Dienstag konnte nach dreijähriger Bau- und Planungszeit das Pflegeheim am Wasserturm seiner Bestimmung übergeben werden. Geschäftsführerin Monika Reimann begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste und bedankte sich bei allen teilnehmenden Firmen, die an der Fertigstellung beteiligt waren. Im Anschluss begrüßte eine Kindergruppe des Kindergartens Spatzennest die Anwesenden und Monika Reimann übergab an die Leiterin der Einrichtung einen Scheck über 200 Euro sowie kleine Präsente. Zum einen begleiteten die Kinder in der Vergangenheit das Bauvorhaben und zum anderen werden sie in Zukunft die Heimbewohner von Zeit zu Zeit mit kleinen musikalischen Ständchen unterhalten. Nach dem offiziellen Teil konnten die Besucher die Zimmer besichtigen und an Rundgängen teilnehmen. Insgesamt bietet das Pflegeheim am Wasserturm 54 Zimmer, wobei sieben davon behindertengerecht ausgebaut wurden. Auf jeder Etage gibt es einen Aufenthaltsraum mit einem eigenen Motto. Ob nun volkstümlich in den Bergen oder doch am Strand das Meer genießen, die liebevoll eingerichteten Räume laden zum Verweilen ein. Rund 30 Mitarbeiter kümmern sich in Zukunft um die Belange der Heimbewohner und bis jetzt sind drei Viertel der Zimmer schon belegt. Aber auch für die restlichen Plätze gibt es schon Bewerber.